So, willkommen zurück zu einem weiteren Projekt von mir, äh, Projekt von mir, es geht weiter im Klartext von NEMIT TRY AND TRUE, und, ja. Genau, so, ich drück einfach mal auf Start. Ja, ich auch. Äh, ich muss vorher nochmal in die Einstellungen, hier jetzt live und in Farbe, und, ähm, wieder ein bisschen lauter machen, weil die Stimmen sind doch echt arg leise. Ja, ich auch. Ich muss nur die Musik runterdrehen, die Umgebungsgeräusche noch ein bisschen laut, so, damit man auch die Stimmen ordentlich hört. Audio lautstärker. Wartet hier. So. Okay. Das sollte doch... Okay. Ich glaub, das hört sich gut an. Ja. Okay, dann, äh... So, weiter geht's. Jo. Im Klartext. Oh nein. Etwas riecht hier falsch. Diese Gaswolke, sie stinkt nach Tod. Bleibt besser weg von ihr. Ich seh schon, wenn wir da reinfallen, sind wir tot. Ja. Ja. Ganz toll. Hallo? Ich versuche hier gerade das Ding abzuschießen, aber es geht wohl nicht. Nee. Äh. Aua. Mist. Ich müsste dann mal, äh, wiederbelebt werden. Okay. Dankeschön. Kein Problem, gerne geschehen. Aber ich habe das eben schon fast geschafft, warte. Ich muss nur den richtigen Moment abwarten. Und zwar kann man von hier unten auf das erste springen. Und dann... Ich bin drüben. Ich bin drüben. Ich bin drüben. Ohne größere Probleme. Wir haben es jetzt. Oh, das seht ihr nicht passiert. Ich hoffe, das macht jetzt nichts. Muss ich das irgendwie ausschneiden oder so? Ja. Auch nicht geht es. Na ja. Hä? Oh, nee. Ich gleich erst mal. Hattet was schon. Richtig. Oh, äh. Oh. Oh, äh. Scheiße. Pff. Tut mir leid. Kein Thema. Ich habe dich hier runtergeschoben. Plopp. So, jetzt können wir da... So. Äh. Äh, nein. Bau da mal... ...ne Kiste hin. Näh, nicht so. Näh. Ist ein bisschen zu klein. Genau. So. Kann man jetzt auf die Kiste? Ja. Huch! Ah! Hilfe! Was ist passiert? Ah! Ich bin... runter. Ein bisschen hier unten. Ah! Ah, ich muss weg sind. Echt? Ich schütze dich. Ah! Oh, lass dir Zeit. Das ist das... Ich kann nur jetzt eine ganze Weile. Pam! Pam! Auf der anderen Seite ist auch einer. Na! Na! Komm schon! Du kannst auch gerne noch ein Stück weiter zurückgehen, wenn du willst. Ich komm mit. Ein bisschen höher. Ah! Jetzt! Jawohl. Okay. Ähm... Wie geht's nach oben? Da oben ist ein Checkpoint. Oh ja, warte mal. Ich seh schon... Äh... Okay. So. Ich seh's auch schon kommen. Und den hier machen wir auch noch da rein. So. So. Erwischt. So. Jetzt geht's jetzt hier weiter? Ne. Hier geht's nicht weiter. Äh. Ne. Hier geht's definitiv. Nicht weiter. Ach. Vielleicht kann ich... Hier unten sind Stacheln. Ja. Ja. Und... 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 Da sind wir wieder. Danke. So. Hier ist noch so ein Ding. Ah! Hm. Wie kommt man denn da rüber? Achso. Warte mal. Jetzt könnte ich ja eigentlich... Müsste das ja... So. Funktionieren, oder? Ja. Sollte reichen, ja. Toll. Aber bis dahin reicht's nicht. Hat doch. Ah! Von den Kisten kommst du da rauf. Ah! Ja. Guck mal, da oben ist ein Herz. Ne. Hm. Na, gehen wir erst mal zum Checkpoint. Genau. Äh, das ist ne Falle. Das ist ne Falle. Das ist ne Falle. Die lösen wir gleich mal aus. Wisste? Hab ich doch gesagt. Oh je. Na! Hi, hi, hi. Ähm. Au, 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 au. Okay, das funktioniert so nicht. Gut zu wissen. Hm. Dann, ähm, ich versuch da jetzt mal so rüber zu hopsen. Ich hab's geschafft, ich hab hier, äh, ich hab's auch geschafft. Lauter Gemetzel hier. Wir werden hier von Orks überfallen. Das geht ja nicht. Checkpoint. Und? Ja. Dann können wir auch gleich sterben, ne? Ja. 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 Ich geh jetzt im Hebel, aber ich hol' erst mal das Ding da und sonst da hol' ich auch. Dann, äh, zieh' ich mal den Hebel und guck, was passiert. Typisch Rollenspielerhebel. Aua! Ach, das Ding geht hoch. Okay. Was hast du da unten noch irgendwie? Nee, da war ein Stacheln. Aber da ist ein Typ. Hä? Wo? Ja, hier ist noch so ein Hannes mit so einem Bogen. Siehste? Jetzt nicht mehr. Okay, zu spät. Ah, guck mal, da ist, äh, so ein Puste-Ding. Ah, und da ist so, hier sind auch wieder Rohre. Okay. Äh, äh, ja. Pam. Mal voll auf den Kopf. Ist ein kleines, geheimes Hobby von mir, dass ich Leuten den Kopf schmeiße. Rohrverleger, let's go, Mario. Na, komm schon. Hallo. Kommt doch hierher. Flop. So, und nun, nein. Nicht abhauen. Jetzt kommst du hier rüber. Boah, das war voll der Skillshot. Das war mega Skills. Ja. Sowieso. Der Overpro. Ich mach den ganzen Tag nichts anderes. Äh, äh. Ja, wir haben auch nichts anderes zu tun, als zu spielen. Genau. Arbeiten. Pfff. Wer braucht das schon? Warte, was passiert, wenn ich den Hebel jetzt... Es gibt ja schließlich Hartz IV, Alter. Genau. Hä, so, jetzt hab ich den Hebel da umgelegt. Und dann geht er wieder runter. Das ist ja toll. Pfff. Da komm ich irgendwie nicht mit. Also ich... Ist auch nicht so ganz. So, warte mal. Ich kann hier oben den Hebel, den kann ich ziehen. Und damit kann ich das Ding hochmachen. Aber das bringt uns ja gar nichts, oder? Nee. Ich hab übrigens einen Levelaufstieg. Ich auch. Was kann ich denn hier machen? Planke. Was? Ich versuch mal hier hochzurupfen. Kosten zwei, Kosten drei, Kosten zwei. Ich hab aber nur einen. Na gut. Äh. Hä? Muss ich das jetzt hier... E-A-D. Ich könnte die auch noch halt in die andere Richtung anordnen, aber in der anderen Richtung ist ja nichts mehr. Hier ist in... Ach, guck mal, hier geht's weiter. Wo bist du? Hier unten. Bei den Rohren wieder. Achso. Hinter den Rohren. Ich glaube, da müsste ich erstmal hier drüber kommen. Dann gehen. Herz. Harte dann. Super. Hm. Nee, das bringt auch nichts, wenn ich die hier anders hinbaue. Kann ich die noch so hier hinbauen? Äh. Das bringt gar nichts. Äh. Okay. Was haben wir hier? Keine Falle zumindest. Äh. Äh. Äh, auch gut. Wir platschen... Oh, guck mal. Äh. 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 Da ist noch irgendwie so ein... Aha. 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 Aha, aha, aha. Aha. Ach, guck mal. Du kannst da jetzt drauf hopsen. Hä? Hm. Da muss schnell genug sein. Ja. Nee, da meine ich nicht. Ich meine auf die andere Seite. Was steht? Weil ich... Wenn ich das hier runterdrücke, geht das auf der anderen Seite hoch. Ah. Madre mio. Nice. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ah. Epic Fail. Da ist ne Kiste. Alter. Hui. Was ist in der Kiste drin? Würde ich gern wissen. Du hast deinen Swammler-Gemälde gefunden. Yay. Oh cool. Escape. Aha. Schick. Ein großer Ogre. Sieht wirklich aus wie Schreck. Mal ganz ehrlich. Ich habe das böse Gefühl, dass wir den nachher irgendwie killen müssen. Sollen wir jetzt... Also, ja, ich auch. Sollen wir jetzt tauschen oder wie kommst du jetzt hier rüber? Weiß ich nicht. Ich muss da doch gar nicht rüber. Oder geht's da weiter? Oh, stimmt ja. Warte. Ja genau, du kannst das Ding noch einsammeln und dann ist da Ende. Ja, ach so. Ich nehme aber das Teil hier noch mit. Okay. Wo geht es denn hier nur weiter? Tja. Warte, ich baue das hier mal wieder ab. Huch, was machst du da? Gar nichts. So, warte, ich mache den hier mal ab und den hier auch und baue den hier da dran und... Halt! Halt! Der haut ab. Ähm, die Plattform muss ja... Der Hebel muss doch mit irgendwas was zu tun haben. Sonst könnte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie ich so hier hier wäre. Ähm. Ja, ich weiß auch nicht. Andere Richtung vielleicht. Warte. Ich kann ja nicht mal ziehen oder so. Doch, doch, du kannst den mit D halt nach rechts drücken. Und dann geht es da oben auf halt. Warte, kannst du mir mal die... Kannst du jetzt mal versuchen, bitte, den Hebel zu ziehen? Ja. Halt nach rechts. Au. Au. Ah! Scheiße, tut mir leid. Nee, das war nicht deine Schuld. Nein. Jetzt ist der Hebel eh wieder drüben. Ja, ja. Ah, ah, warte, warte, warte. Gib mir mal den Magier. Du musst mir zuerst den Magier geben. Und jetzt musst du den Hebel ziehen. Ups. So. Jetzt lass den Hebel los. Auch nicht. Stammt. Was ist der Scheiß? Menno. Aber, warte mal. Dann zieh mal nochmal den Hebel, dann... Ich versuch das Ding mal. So. Ja. So, jetzt... Jetzt hängt's da. So. Heute kommen wir aber gut voran. Hö, hö, hö. Trotz Anfangsschwierigkeiten. Nein. Aber jetzt können wir euch nicht mehr da hoch. Ja, Leute, das... So sieht ein Epic Fail aus. Und ihr könnt jetzt sagen, oh Gott, zu blöd zum Springen und so. Aber I don't care. Geht eure Pro Games spielen und keine Ahnung. So, jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Einfach springen. Genau. Ach, ja. Ja. Nichts einfacher als das ist. Oh, noch mehr magisches Wasser. Vielleicht kriegen wir Riesen-Erdbeeren. Alles so psychedelisch aus. Ich frage mich, wie das Wasser das herrlich bringt. Walter aus dem Hobbit. Wie kommen wir hier in der Gegend deshalb so groß? Ah. Yay. Yay. Wow. Wow. Okay. Checkpoint. Ah, nein, Falle. Schnell. Was tust du da? Ich bin gestrumpen. Ich bin in Falle gestrumpft. Äh. Entschuldigung. Wie komme ich denn hier wieder raus? Achso. Du hast ja die Hälfte verpasst. Guck mal hier hinten. Ich habe hier voll die Riesenpflanzen aus dem Boden wachsen müssen. Oh, ich bin einfach in die Falle gesprungen. Boing. 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 Hast du Wind Waker gespielt mal? Das riecht mich ein bisschen an die Pflanzen da. Nein, habe ich nicht gesprungen. Schade. Ja, da oben ist aber nichts. Da waren nur so... Okay. Komische Dinger. Kannst ja weiterlaufen. Ja. Boing. 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 Aua. Aua. Ich bin drüben. Halbtot, aber ich bin drüben. Ah. Tot. Warte, ich guck mal. Vielleicht... Na ja, jetzt bin ich hier zumindest. Vielleicht, ja. Vielleicht finden wir hier einen Checkpot. Äh, Checkpot. Ja, Checkpot. Das war ne... Oh, na. So kann man es auch machen. Oh, man. Ich schlag einfach wieder ein Levelaufstieg. Na, der hat ein Schild. Wieso hat der ein Schild? Ich bin doch hier der Einzige mit Schild. Ach, du bist auch tot. Ich bin auch gestorben. Das ist ja gut. Scheiße. Ich habe mich schon gemuttert, wo meine Maus ist. Äh. Der mit seinem Kackschild. So, tot. Okay. Okay. Ah. Nein. Nein. Ich stirb nicht. Ich stirb nicht. Es liegt jetzt alles in deinen Händen. Okay, der ist schon mal tot. Komm her. Komm her. Komm her. Bam. Erwischt. So. Oh nein. Äh. Was? Nein, kein Checkpoint. Alleine geht es nicht. Klar. Das sind... Ich bin bei dir. Und jetzt. Es leuchtet immer Levelaufstieg. Dank. Oh, Gott. Äh. Danke, danke, danke. Ich bin dir zutiefstens Dank verpflichtet, lieber Sigma. Das war verdammt knapp. Jetzt können wir lachen. Ha, ha, ha. Eine Wippe. Ich habe eine Wippe gefunden. Ich weiß nicht, was sie bewirkt. Ach, hier. Ach, guck mal, hier warte. Äh. Macht voll viel Spaß. Äh. Warte, 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 wasser, 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 wasser. Okay, ich geh weg. Äh, wasser. Nee. Mach das mal runter. Also stell dich da mal drauf, dass die Wippe darunter so wippt, so. Weil die weise die Richtung. Nee, das war die Falsche. Ja, genau. Ähm, ja toll. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Genau. Das stimmt aber so noch nicht, weil die andere Wippe da... Das stimmt doch was nicht. Hm. Warte. Hier unten ist was. Äh. Äh. Warte mal. Ach, guck mal hier, warte, ich mach das hier da drauf. So. Oder war das jetzt richtig? Nee, das war falsch. So muss das. Genau. So. Und jetzt stellst du dich da drauf, dass das Ding runterwippt. Ja. Äh, nochmal. Genau so. Und jetzt mach ich da was Wasser rein. Ja, prima. Wuhu. Warte, die Pflanze wächst aus dem Boden. So. So. Okay, äh. Da hätte der Idefix seinen Spaß dran. Ja, definitiv. Kommen wir jetzt hier wieder hoch? Gar nicht. Äh. So. Ich bin drüben. Dieses Levelaufstiegs-Dingens. Ja, gell. Äh. Äh. Wie komm ich jetzt hier hoch? Und so. Muss ich dann irgendwie... Hä? Ach, jetzt hab ich zwei Punkte. Wie komm ich denn... Muss ich auf die Kiste und dann... Ich versteh's grad nicht so ganz. Du kannst auf die Kiste und dann auf die... Ja, genau. Und jetzt kommst du hier rüber auf das Blatt. Ah! Das geht aber. Wenn ich mal richtig springen würde, ja. Würde schon gehen. Ah! Ich bin einfach so cool. Danke. Für Leute, die nicht springen können. Ich kann... Ich kann voll die Planke machen. Ah, für was geb ich denn meine Fertigkeitspunkte? Also ich hab mir grade die Planke geholt. Die war cool. Ich kann jetzt so Planken machen. Oh, Bewegungsunsichtbarkeit. Das hab ich mitgeholt. Was? Aber irgendwie kann ich mir jetzt nichts mehr kaufen, oder? Nee, normalerweise müssten deine Punkte jetzt alle sein. Ja, gut. Das ist... Alle. Leider. Ich hab mir das falsche gekauft. Toll. Du kannst dich auch wieder zurücksetzen. Stimmt, stimmt. Aber, äh... Ja, wir sind schon wieder bei 23 Minuten. Ui! Ui! Ah, scheiße! Jetzt müssen wir das aber noch zu Ende machen. Ja, dann machen wir das jetzt. Okay. Wie wir gesehen haben, müssen wir... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Au, ich bin tot. Ist die Tür gestorben? Pff. Ich will. Ah! Ah, ich hab... Ich weiß schon, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Da oben ist ein Checkpoint. Spring da hinten. Ja! Ich bin tot. Ah! Hier, warte. Nehmen wir den uns. Nehmen wir den Nutzeln. Tee, tene, tene. Tee, tene, tene. Ha! Au, ich bin tot. Nicht mehr. Au, wir sind tot. Scheiße. Klappt. Ja, nix. Ah! He, he. Meint sich voll fertig, alter. Schön werf. Was ist mit diesem Hebel? Tot! Keine Ahnung. Sie haben den Knochenbrecher erledigt. Aber wie werden sie wohl mit der Hexe fertig? Was? Welche Hexe? Keine Ahnung. Ich hab jetzt irgendeinen Hebel gedrückt. Aber ich würde sagen, es bietet sich hier an für einen Cut. Genau. Danach geht's weiter. Genau. Bis gleich, Leute. Tschüss.